guck mal hier ja aber bis jetzt die items shop haben mit besetzt uns zu extrem diesmal gar nicht also hier mit was wir sich dingsbums blablabla gar nicht gut naja egal also leuchtturm markierst du jetzt hinter uns und das gleich draus ja kommen letzte woraus haben aber das kann seine machen wir schon viele hin also die in die richtung kostet ja nichts wenn dann machen wir schnell weiter scheiße ich habe ich nicht bedankt wie dumm wie dumm die bleiben drehen alle ab ja was so weit hinten macht doch kaum jemand hier unten ist der blau sniper die erstmal direkt mp reicht ja du kannst dich rotflinte nehmen her wenn du willst okay ich bin ja nicht so da schon finden spieler weil ich habe immer probleme ich weiß man hätte ich komme mit schrott finden ist klar die hatten zwar schon mal eben einen arsch gerettet aber naja kommen das war natürlich nicht viel naja schrott flinte ist halt schon manchmal gut wenn sie richtig gut aufgewertet hat zumindest seit nah sind ja gut aber naja gut ich wie gesagt ich habe es jetzt mit schrott flinte da irgendwie so ist es ja komplett wieder kommen ich gehe mal kurz hoch bin mir dabei kommen kann man denn hier runter schneiden eigentlich ja theoretisch keine box jungen noch zone aber dann als nächstes nicht mehr warte mal ich könnte jemanden ich bin ganz oben drinnen wurden da wurden da das über 100 meter 141 meter erschossen da lag einer auf das nur gekillt ja nicht so der lag hat auf dem boden halt ich bin ganz oben bei dem licht drinnen her keine ahnung ob die mich da sehen können wir sich nicht suchen ein anderes opfer schüsse ja ich muss kann es denn ja ich muss raus von ja hier hier rennt damit den flügeln hier und der kandidat von von zeit geht kann das gelbe aus rein okay aber ansonsten sich ist noch niemand es müssen auf jeden fall noch ein da ist auch noch ja 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 es müsste schon irgendwie was los sein weil es sind davon sind ja auch noch was bestimmt sein team in den geschmacken er werde bekommen den da reingehen das wert um naja gibt es auch auf jeden fall müsste er um seine karte zu holen zum typ wo ich abgeschossen habe aber jetzt sehe ich hier noch nichts also die trim die hau die häuser wo wir von 200 sich besitzen nix an bewegung da ist nix ich habe zweimal erwischt 250 der unten rum rennt der und namen am tier war das stand da ist es mit seinem umhang da rennt jetzt ein bisschen hoch ja sagen schleichen da rennt jetzt wieder gerade wieder rein zu da oben ist und oben ist und auch ja 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 hab schon gerade gesehen ja sehen wir oben hier unten die fast nur das team mit oder nicht team mädner und steck mal die hat ihm jetzt ja die grund zusammen die sind unten gerade bei einer kiste gewesen und die klitschen aber ganz schön ok da kommt rüber mit dem boot in der antritt zu fuß wo das haus wurde abgesprungen das wasser hat sich nämlich gerade geheilt deswegen wollte ich gerne meinen mitgegen sagte aber eins ist das springt du mir hier nicht sag ich jetzt schon wegen wasser oder was nee geht das schief oder was mit darunter springst du wirst du sehr viel schaden verlieren oder sterben auch im wasser da kommst du gar nicht ins wasser so weit kannst du gar nicht springen außer muss echt guten anlauf haben aber aber das risiko dass dahin bleibt seit ich würde sie jetzt aufhören würde ich fragen ok ich sehe gar nichts da beim lkw naja da hinten ich habe schon wieder zweimal die kriegen keine halterung die kommen aber jetzt ein kleines bisschen näher so wie es aussieht vor dem lkw der andere ist bei den bäumen dort hat gerade gelunzt wir müssen ja dann doch mal bitte richtung richtung die würde dann auch schon in die richtung gehen das nächste mal die rennen immer bei dem lkw rum auf dem lkw jetzt drauf in der mal stehen bleiben würde ich weiß ja nicht was wir vorhaben bin das respekt das kann ja aber was ist gut jetzt runter gehen können mit der seitbahn hier rüber auf diese seite jetzt sind sie bei dem lkw aus ja das ist das leibers hat total kacke die ich habe ich habe jetzt schon körper mitte gezielt und nix kam klar es ist distanz und so alles gut aber die kommen langsam näher aber nur noch vier schuss damit die kommen jetzt zu uns wenn dann haben sie uns jetzt eh gesehen jetzt müssen wir ihr verhalten ich auch aber geht noch hat nicht so richtig geklappt achtung war kanade scheiße aber für die kacke in so blöd ich bin abgerutscht hau mich einfach ins wasser drauf jetzt fährst du noch mit mir dein ernst hau ab ja hau ab ist egal lass mich ich patte hier so viel rum au ja ich hab versucht gerade irgendwie aber da kommt ja zu ne ja warte mal ja sorry kann ich tauchen ne mit meiner mit meinen schwimmflügelchen süß egal du machst das schon du holst mich wieder ich weiß das ja wie denn ich hab deine karte nicht in den lkw aber ist egal scheiß drauf ja aber mach alles kaputt und hau ab dort ja wir haben uns zu lange bei dem turm aufgehalten hätten dann ein bisschen weiter fahren müssen auch egal scheiß drauf aber wirklich mit der sniper wenn ich auf medizin müssen bitte was ankommen das war scheiße war versucht ein glück guck mal hast du was zum schießen ja medizinspray sehr gut nehme ich auch gut kann ganz sicher zu bewegen damit und das nehmen also das ist schon ich wollte eigentlich nur bei dem leuchten auf die jene kannte und wollte dann halt quasi mit dem mit der magnetseilbahn rüber bin aber dann abgerutscht und dann hat es mich ein bisschen weiter über gesetzt ganz toll voll die scheiße da sitzt jemand wo länger da bei der baracke gerade eben wo du warst aber es war wahrscheinlich eine cpu hier ja cpu da leuchtet so der klitscht würde ich sagen ja klitscht ja so sieht es halt aus halt ne ja zu viral rechts gesehen ja das ist halt cool ne dann muss eigentlich die mitte eigentlich was suchst du mitte noch eine mp also in diesen gegner unten rechts von dir leicht bei der holz und zwei stück ich dachte machst du es doch noch ja kann das sein ich mache das bloß immer dass das fahrzeug munition hast du das halbe schild also viel kannst du eigentlich nicht ausrichten sozusagen links unten sind schlüsse da unten auf der plattform würde weg jumpen kannst man darüber links ist da geflogen da oben auf der plattform sieht alleine aus aber muss ja nichts wesen man will es ja naja ich weiß drauf dann hier drauf mal nur noch 24 leute du bist eh noch davon immerhin nee lass da drüben ist nichts oder geschossen und gott aus ja irgendwie schon aber die könnten jetzt schon auf dem weg zu dir sein habe nichts zu verlieren und dann hast du recht hast du recht alles kann nix muss rechts von dir oben war ja dort die ganze zeit steht der typen dann auch immer ja gut kämpfen ist immer dann starten der kappel zu verändern kannst du wunsch hatten der treppen lang ja ich muss immer ein stück voraus ziehen bleibt da stehen das hat ich gesehen okay ist auf jeden fall jetzt kannst du noch mal schilder machen gefährlich dann ja du hast du hast du hast du nicht weg ist nerven aus stahl ich glaube es kommt er fängt an zu tanzen einfach irgendwo ist noch eine kiste und massen und gegnern jetzt sind schon wieder tanzen noch ist es die fässer okay das ist alles gut das ist okay als andere hätte ich jetzt verstanden ja 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 toll macht er die kugel kaputt deswegen sage ich ja noch oben ist die wäsche zone kommt ist laut noch ich weiß 11 8 und da ist er lassen schießen lassen schießen gehe lieber auf was schnelles haben kann er muss aber schon sehr nahe sein erst noch in rechts das noch in rechts na ja und wegen der zone die person mit der zone zu gehen ich glaube da steht am baum ich versuche wenigstens um sie 10 zu kommen ja hast du wird sowieso schwer gegen zwei wird es schwer bankern die heran und punkern noch näher noch mehr noch mehr jetzt ja links ist der team der pumpen voll mp wechsel super 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 scheiße auf die sniper scheiße auf die sniper einfach nur munition und nachladen erstmal master weiter master weiter ist aber keine blöden schildern es ist zum kurzen abort doch eigentlich mini ist aber naja nochmal geht sogar die fnp nehmt schon gewährte stunden gewährte ok das ist das viel money schaffst du schon das weiß ich gerade stress ich wollte gerade so richtig nah ran richtig kopflüsse verpassen das ist nicht so egal aber es geht alles gut was für mein pulskatalog gegangen ja 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 ganz ganz gut denn das ist das call of duty ist kein highlight also die ersten male war es für mich auch immer so immer wenn du sondern der letzten pop ist oder letzten zwei und du hast dann die möglichkeit zu gewinnen du bist zwar nervös aber mit der zeit geht das weg wenn das öfters so ist also mir schub das dann jetzt als jetzt habe ich mich nicht mehr nach den positiven die schon hatte ja nicht aber ich finde halt trotzdem die momente hat von mir ist ja das stimmts wird immer mehr stress und der druck halt so immer druck also fünf du bist eher davon als sind es noch zwei zweiter teams vielleicht medial weil wenn die sich killen also das problem du hast dann zwei gegner sind durch alle einzel leute sind das ist noch geiler ich glaube ich aber nicht dran ich würde mich das was lassen ich sehe niemanden ist komisch du musst du irgendwo jemanden sehen ja vielleicht klingt ok beim berg zwischen die berge da das sind zwei also der eher unten in der antropen schwierig nicht machen nicht machen nicht machen ich würde nichts nehmen so viel bewegung unterwegs wird auch stimmgewerden einer ist tot nee die sind alle bieten kraft also ja stimmt er ist tot ja ja stimmt da kommt jetzt problematisch du musst leider irgendwie vorwärts kommen also wenn die zusammen sind es noch jemand einzeln unterwegs weil die gucken jetzt safe nach und wo ist denn dann noch der andere da muss doch von den stein da hinten irgendwo kommen da ist nichts da ist nichts da ist nichts ich verstehe es nicht ich würde aber wirklich sturmgewehr und pump kann dann augen haben die sniper post jetzt eigentlich nicht mehr ist viel zu nah siehst du bloß nicht mehr nicht mehr schon ist ja ok ja toll ja hast probiert es war wirklich super das ist ja schon dreist oder bei dir war nicht grauer bei ihm angezeigt es ist so komisch ja weil bei dir der letzte kill gezeigt wird das ist hart aber es ist trotzdem gut gehalten kommen alles gut let's go und dann besuchen es ist es ist es ist es hat es 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 Vielen Dank.